Unsere Meinung nach gehört immer ein leistungsfähiger Driftsack an Bord. Wir haben hier ein Modell mit ungefähr zwei Quadratmeter Fläche, mit einer sehr guten Bremswirkung. Wichtig ist der Driftsack, um anständig fischen zu können, um von der Winddrift möglichst minimal verschoben zu werden und den Grundgut zu erreichen. Und zweitens ein Sicherheitsaspekt, wenn der Motor ausfällt und das Boot quer zu den Wellen schaukelt, wird der Driftsack gesetzt, am Bug befestigt und das Boot liegt immer mit dem Bug in die Wellen rein, was wesentlich angenehmer und sicherer ist, falls mal ein Motorschaden auftreten sollte.